Die Firma Lohmann ist ein Entsorgungsunternehmen im schönen Münsterland in Emsi Detten. Wir nehmen hier alle klassischen Müllsorten an, angefangen von Gewerbemüll bis hin zu den Altmetallen. Zudem betreiben wir hier einen eigenen Wertstoffhof für drei umliegende Gemeinden, aber auch ein eigenes Sonderabfallzwischenlager. Wir haben ungefähr 160 Mitarbeiter mit 47 Fahrzeugen hier am Standort und haben ein breites Spektrum an Abfällen, die wir hier annehmen können. Seit Februar 2011 betreiben wir auch die NV-Protect. Das ist Europas modernste Anlage für Kühlschränke-Recycling mit einem Investitionsvolumen von 8 Millionen Euro. Was uns deutlich vom Wettbewerb in der Gegend hier abhebt, ist, dass wir versuchen, auf all unsere Kundenwünsche einzugehen. Das fängt an bei der Gestellung von Sonderbehältern, als auch bei der Gestellung von extra lackierten Behältern für unsere Großkunden. Guter Preis und guter Service. Das liegt uns sehr am Herzen. Das ist letzten Endes auch der Grund, warum wir uns für die Softwarelösung von Fritz und Marzioll entschieden haben. Das Portal zeichnet sich durch eine klare Benutzerführung aus. Das bedeutet, im Hintergrund findet eine Systemüberprüfung statt, die konsequent auf Format und Vollständigkeit hin überprüft. Unsere Kunden haben somit überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwelche Fehler zu machen. Wir sind der gesetzlichen Vorgabe nachgekommen, sind aber sicher, damit auch zukunftssicher aufgestellt zu sein. Wir können unsere internen Prozesse durch die elektronische Bearbeitung und Registerführung auf jeden Fall optimieren. Die Einbindung des ENV-Portals in unsere künftige Abfallwirtschaftssoftware war auf jeden Fall ein wichtiger Baustein für unsere Entscheidung. Das ENV-Portal wird im Rechenzentrum von Fritz und Marzioll betrieben und gewartet. Dies dient nicht nur der Sicherheit unserer Kunden, sondern auch unserer eigenen Datensicherheit. Für unsere Kunden ist es wichtig, dass wir einen Anbieter haben, der nicht am Entsorgungsprozess beteiligt ist. Sicherlich am Anfang hat es ein bisschen gehakt, aber wir haben bei Fritz und Marzioll kompetente Ansprechpartner, die uns schnell weitergeholfen haben. Gerade bei unseren Großkunden war es wichtig, schnell und kompetent zu reagieren. Die Firmenphilosophie der Firma Lohmann ist Verantwortung für Generationen. Das bedeutet, dass wir heute an morgen und übermorgen denken wollen und auch dafür die Verantwortung übernehmen. Wir sind mit dem ENV-Portal von Fritz und Marzioll sehr zufrieden und würden uns heute genauso wiederentscheiden. Fritz und Marzioll